Sky hat seit dem 18. November 2015 seine SD-Sender von MPEG-2 nach H2-64, also MPEG-4, umgestellt. Wegen der höheren Komprimierung von MPEG-4 kann Sky so mehr Sender auf einen Transponder packen und Geld sparen. Die Umstellung von DVB-S1 nach DVB-S2 hat aber auch zur Folge, dass alte SD-Resive diese Sender nicht mehr empfangen können. Wie wirkt sich das nun aber auf DVR-Studio HD4 aus? Ich habe hier in dieser Zusammenstellung zwei SD-Sender geladen. Einmal den neuen Sky-Sender, Sie sehen hier Definition in H2-64 und eine alte Aufnahme hier vom TV-Total. Hier ist es noch ein MPEG-2-Sender. Sie sehen es auch an der Farbe des Logos. Gehe ich nun in die Verarbeitung, also auf Fertigstellen und wollte aus diesen zwei Filmen eine DVD machen, so könnte ich hier aus meinen beiden Aufnahmen problemlos eine HD-Disc erzeugen. Möchte ich aber eine normale Video-DVD erzeugen, bekomme ich die Fehlermeldung, nicht alle Aufnahmen DVD-konform. DVR-Recode ist notwendig. Das ist neu in Studio HD4. Sie haben hier die Möglichkeit, DVR-Recode HD4 automatisch zuzuschalten. Und in dem Moment wird auch hier entsprechend nur noch angezeigt, Recode im Demo-Modus, was der Zeichen wird eingeblendet. DVR-Recode ist ein Zusatzprodukt und Sie benötigten hier normalerweise noch eine weitere Lizenz, die hier in diesem Fall nicht vorhanden ist. Ich könnte hier nun meine Verarbeitung ganz normal starten und es wird sofort entsprechend die Wandlung vorgenommen. Schauen wir uns in dieser Zeit einmal an, was entsprechend Studio HD3 aus dieser Aufnahme machen würde. Auch hier, es wird exakt das gleiche angezeigt. Gehe ich nun auf Fertigstellen, könnte ich auch nach wie vor meine HD-Disc machen, aber versuche ich da eine SD-DVD zu erzeugen, geht es generell nicht. Schauen wir uns einmal an, wie weit DVR-Studio HD4 mit seiner Verarbeitung ist. Sie sehen hier bereits schon, Walking on Sunshine ist komplett verarbeitet und DVR-Recode hat diese Aufnahme von einer MPEG-4 wieder zurück in eine MPEG-2-Datei gewandelt. Der Film TV-Total war ja bereits eine MPEG-2-Aufnahme, also musste hier entsprechend nichts vorbereitet werden. Nachdem das Outtoring abgeschlossen ist, folgt nur noch der Brennvorgang bzw. die Erstellung des ISO-Images. Eine so erstellte Video-DVD wird auf jedem normalen DVD-Player wieder abspielbar sein. Wichtig ist eine H2-64-Aufnahme. Egal ob SD oder HD, kann kein DVD-Player abspielen, weil er kommt mit dem MPEG-4-Format nicht zurecht. Es ist davon auszugehen, dass auch andere Sender dem Beispiel von Sky Folgen werden, um Kosten zu sparen.